Ich habe mir das so gewünscht und sie hat es möglich gemacht. Und ich finde, das tut unserem Haus hier sehr gut. Unserem Haus, in dem wir versuchen, auch Programme sichtbar zu machen. Und dazu gehört natürlich auch Kunst und Literatur. Frau Merkel, tun Sie etwas, was dem Land gut tut, nicht diesem Haus. Ich bin Lehrer einer Grundschule. In diesem Jahr wurde kein einziges deutsches Kind eingeschult. Was ist hier los? Sie haben geschworen, dem deutschen Volk zu dienen. Was tun Sie? Sie lassen Flüchtlinge hier rein, die keinen Anspruch haben, laut Artikel 16a. Was tun Sie für unser Land? Es gibt Artikel 20 des Grundgesetzes. Artikel 20 Absatz 4, Recht auf Selbstverteidigung. Ich fordere alle Deutschen auf, nutz dieses Recht auf Selbstverteidigung. Denn diese Frau ist keine Kanzlerin des deutschen Volkes. Sie ist eine Dienerin der Finanzelisten. Und was weiß ich noch wem? Dankeschön. Danke für die Meinungsfreiheit. Danke. Danke. Vielen Dank.